Und Action! Moin Moin, willkommen zurück bei Tickler C. Gestern im Speedrun habt ihr noch gesehen den Mega Booster. Genau, der war es. Jetzt ist Teil 3 von 5 Speedruns. Team Associated. Diese Woche Speedweek. Wir machen jetzt den Team ASSO MT8. Der Speedlogger ist auf 3,9 nur. Ja, und das ist jetzt 4S und danach gucken wir mal, ob wir ihn auf 6S kontrolliert bekommen. Ja, die Strecke ist ziemlich nass. Es hat eben noch mal gehagelt. Wer es gestern im Video gesehen hat, oder im vorherigen Video, der hat gesehen, was passiert ist. Boah, das ist alles. Ich fahre übrigens gerade das erste Mal. Der hat doch keinen Meter gehabt. Also frisch, neu. Oh, ich muss aber, der Lenk nach rechts. Ich muss mal Steering einstellen. Okay, technische Probleme. Oh, meine Kamera ist schon wieder nicht da. Los! Das ist übrigens frei. Der ist echt leise. Ist frei. Stellen wir doch mit Absicht auf die Straße. Das Auto brennt schon. Hm. Ist da ein Grundstoff-HZ verbaut? Ja, ja. Nee, nee, nee. Komm, Junge. Nein. Das ist ein Standard-Set. Krass. Schön leise. Ja. War es das? Gut, ja das war es. Gut eingestelltes Hirzenspiel. Ja, muss ich auch sagen. Hört sich echt smooth an. Toller Klang. Wir haben nicht geschätzt, aber das hätte ich jetzt auch geschätzt. Ja, so 55 haben wir geschafft. Wie viel? 4S, ne? Ja. Ja, für Monster Truck absolut in Ordnung. Und jetzt 6S. 6S. Und wir ziehen jetzt im Regen durch. Jo. Ist das eine teure Kamera? Wust. Aber es regnet, aber wir fahren jetzt auf 6S. 6S. Er ist krank. Geisteskrank. 6S-Test. Oh Mann, ich habe ein bisschen Angst. Da kommt ein Hund wieder, ne? Letztlich, ey, ich musste fast gar nicht ausbessern. Okay. Also Bremsen war gerade ein bisschen kacke. Aber... Oh. Der Akku ist kurz eingebrochen. Echt? Das ist halt der 6 Jahre alte Akku. Okay. Vielleicht muss er auch noch mal warm werden. Ja, es ist zu kalt. Ready, go. Zieh durch, Junge. Wieder eingebrochen. Oh, krass. Da habe ich gerade nichts gemacht. Da hat er von allein gemacht. Ja, willst du ihn noch ein bisschen langsam? Vielleicht muss er ein bisschen warm werden. Weiß ich nicht. Werfst du alles drinne? Schade. Oder du ziehst gleich durch? Er begrenzt gleich. Ich habe das Gefühl, dass der Akku das doch nicht mehr mitmacht. Ich habe leider keinen anderen, der da reinpasst. Jo, okay. Da ist die Technik zu gut und schützt unser Auto vor einem Lipobrand. Jo. Und er ist auch nicht schneller geworden als an... 4S. 55, ne? Ja, 55. Wir sind jetzt auf 60. 60. Der schafft locker 70, 80. Ja, so 75, 80. Das müssen wir dann halt mal wiederholen. Mit einem richtigen 6S, der vielleicht das dann mitmacht. Das kann aber auch sein, da wir den ja schon mal benutzt haben. Das ist bei 4000 mAh und der Kälte... Ja, das geht nicht anders eigentlich. Dann müssen wir das wiederholen. Ja, machen wir. Ist doch nicht, ist halt so. Aber ich gehe mal davon aus, dass er seine, auf dem Karton steht, 70 schafft er. Ja, dann schafft er das safe. Das wird er schaffen. Ja, ja, safe. Aber das ist erstmal nur eine Vermutung. Er hat ja auch 4S 55. Die, die 15 kmh, weißt du? Die schafft er mit 6S locker. Wir versuchen das noch dann zu bestätigen. Okay. Danke, dass ihr eingeschaut habt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, und ihr die anderen beiden da vorgesehen habt und die nächsten beiden auch noch sehen werdet, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch kein Abo habt, lasst gerne ein Abo da. Video teilen, reagieren, kommentieren, alles was ihr machen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal oder nächsten Mal. Bis dann, ciao. 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 Ciao.